Und auch bei uns entscheiden Gerichte immer wieder, Deutschland muss die Welt vor dem Klima bewahren. Das Problem ist, der Rest der Welt wird misstrauisch, wenn sich Deutsche wieder für die ganze Welt verantwortlich fühlen. Die Regierungsparteien taugen in erster Linie als Seifenoper. Der Finanzminister hat erwähnt, dass der Bau von Radwegen in Peru möglicherweise nicht deutsche Staatsaufgabe sein müsste. Daraufhin warnte ihn Kevin Kühnert vor einem nationalistischen Zungenschlag. Da muss man erst mal drauf kommen. Der deutsche Staat fördert auch mit 522.000 Euro das Gender-Training in China. Wenn ich jetzt bezweifle, dass das eine deutsche Staatsaufgabe ist, bin ich dann schon Nazi? Man weiß es nicht. Was weiß ich? Wir wissen ja hier alle im Grunde nichts.